Hallo Herr Seekräuter und willkommen zum Video Crowdfunding aus dem Monat Juli. Wir machen die Auflösung für unsere aktivsten Zuschauer in den Livestreams. Wir hatten elf Stück im Juli und ihr wart wieder super fleißig und habt ganz, ganz viel in den Chats mitgearbeitet, mitgechattet halt. Ihr habt euch miteinander unterhalten, mit uns unterhalten, ihr hattet Ideen, Vorschläge und so weiter. Als Hintergrund habe ich heute mal den PTS gewählt, der seit heute wieder online ist, nämlich Update 087. Hier sieht man quasi schon Marseille, wie es in dem nächsten Update aussehen könnte. Darum auch das Work-and-Progress-Zeichen oben in der Ecke. Okay, also wir schauen uns mal an, wen wir denn jetzt hier als aktivsten wählen können. Wir haben hier wieder jede Menge Leute, die hier Stunden zusammen gefarmt haben. Wir sind jetzt schon bei fast 200 Stunden Watch-Time für denjenigen, der die meisten hat. Hier Neo Fight 65. Das hat aber nichts mit den Punkten zu tun in erster Linie. Nur weil man viel Watch-Time hat, heißt das nicht, dass man hier die meisten Punkte hat. Denn das kommt auf die Aktivität an, die man im Livestream hat. Und ich sortiere hier einmal. Und der Aktivste im Monat Juli ist Tom, mit dem Rang Sanitöter. Auch aus unserer Community geboren hier. Vielen, vielen Dank für die ganzen Inputs. Ja, und herzlichen Glückwunsch Tom für drei Secret-Euronen, die dir jetzt gut geschrieben werden. Und ja, du bist dann jetzt glaube ich bei 10 Euro, die du auf dem Konto hast. Neo Fight, du belegst Platz 2. Auch für den Platz herzlichen Glückwunsch von meiner Seite. Du gewinnst zwei Secret-Euronen und damit hast du dein Secret-Euronen-Konto auf 15 aufgestockt. Und ihr kennt die Regeln. Ab 15 Secret-Euronen könnt ihr euch bei uns melden. Und wir finanzieren euch einen Einkauf, einen einzigen Klick im World of Warships Premium Store. Das heißt jetzt, ihr könnt euch jetzt nicht Prämie-Spielzeit und dann nochmal Signale und dann nochmal was anderes aussuchen. Sondern ihr sucht euch einen Gegenstand im Maximal-Gegenwert von diesen 15 Euro aus. Und dann gibt es dann eben auf euren Account der Wahl gut geschrieben. Und das ist eigentlich der Trick dabei, der jetzt in der Geschichte oder der Haken oder wie auch immer man das nennen möchte. Ein einziger Klick, also ein einziger Gegenstand. Ihr könnt sparen, bis ihr bei 50 Euro angelangt seid. Also bis 50 Secret-Euronen, die sind 1 zu 1 umzurechnen. Die ganze Geschichte ist nicht in Kooperation mit World of Warships oder so. Das ist unser eigener Gedanke und die eigene Art und Weise, Danke an euch zu sagen da draußen. Ja, für die ganze Aktivität, dass ihr so treu seid einfach. Dass ihr einfach immer wieder da seid und immer wieder mit dabei seid. Und wir haben uns das vor einiger Zeit schon mal ausgedacht. Den dritten Platz, den möchte ich hier nicht unterschlagen. Das ist nämlich Liquid of Bob, der trotz seiner Hochzeitsreise und so weiter doch relativ viel Punkte sammeln konnte. Nämlich 217 und damit knapp vor Meerschweinchen XL gelandet ist. An alle drei herzlichen Glückwunsch. Und an alle, die mitgemacht haben, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr so intensiv hier bei den Livestreams dabei seid. Ich kann euch nur alle einladen. Jetzt werden die Punkte wieder gesettet. Im August habt ihr wieder Zeit. Und die Möglichkeit, an allen Livestreams teilzunehmen und da wieder Punkte zu sammeln. Und da kann jeder mitmachen, der, glaube ich, Minimum vier Stunden Watchtime hat. Wohl ab da an, nee, zehn Stunden Watchtime. Wohl ab da an gibt es regulär zwei Punkte pro aktive Zeitfenster. Also man kann auch vorher schon Punkte sammeln. Da kriegt man aber nur einen Punkt pro Aktivität. Bei uns hat die Schwelle liegt dann bei zehn Stunden. Dann ist man regular und ab da an bekommt man immer zwei Punkte pro Aktivitätsfenster. Also in dem Sinne, ich hoffe, ich habe euch da vielleicht sogar nochmal eine Idee in den Kopf gesetzt sozusagen, dass ihr vielleicht mal Bock habt vorbeizuschauen und einfach mal ausprobieren, wie das mit dem Crowdfunding läuft. Wenn ihr dazu Fragen habt, stellt die gerne unter diesem Video. Dann werde ich alles an Fragen dazu beantworten. Ihr findet den Link zur Crowdfunding-Guthaben-Übersicht. Natürlich auch unter jedem C-Courts-Video. Da gibt es immer eine Rubrik Crowdfunding-Punktestand. Und da braucht ihr einfach nur reinklicken und dann seht ihr, wie die Sachen sich verteilt haben und wo man welche Sachen wie gewonnen hat. Also so eine Wertguthaben werden dann hier auch ab und zu mal verlost. So, dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video oder halt im nächsten Livestream spätestens. Am Samstag ist es ja dann wieder soweit. Da kommt unser Livestream. Was haben wir da für ein Datum? Jetzt haben wir Donnerstag, also 2. oder 3. Am 3. August um 20 Uhr sind wir wieder live bei YouTube, Twitch und Facebook. Bis dahin, alles Gute, euer C-Courts-Team, euer Andi. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020